Hallo Schwarze, schaut euch mit mir eine Minute, neun Sekunden, 0,900. Los geht's. Warnsymbad brauche ich? Handtuch. Krassester Fußballer der Welt? Ronaldo. Die besten Freistöße schießt? David Beckham früher. Bester Musiker aller Zeiten? Xavier Nadeau. Dieser Song läuft bei mir gerade? Ähm, nichts Besonderes. Vegetarisch oder Fleisch? Fleisch. Eine Sache für die einsame Insel? Ähm, Familie. Kannst du ein Musikinstrument spielen? Nein. Mein Vorbild ist? Ähm, Giovane Elba. Das habe ich immer dabei? Handy. Was dürfen meine Eltern nicht über mich wissen? Sie dürfen alles wissen. Bei was hast du heute schon gelogen? Gar nichts. Schau mal cool. Playstation oder Xbox? Playstation. Wie wäre der Titel deiner Biografie? Habe keine. Lieblingsparfum? Ähm, Diesel. Frühstück oder Abendessen? Abendessen. Lieblingsreiseziel? Ration. Was ist immer in deinem Kühlschrank? Wasser. Das letzte Fußballspiel, das du privat besucht hast? Es vors gorged. Musik. 끝 Principen. Habe keine. Musik. Tips. Verse OA. express.